Hey, Donnet und YouTube Happy Wheels, Baby, let's do this, Matrix, save Melon, what? Matrix, save, okay. We can do this if we... Ich war noch nicht bereit. Oh, oh! Ich wusste, ich wusste, dass das passiert, ich war überhaupt nicht, ich bin, das war keine Überraschungsgestöhne. Das war klar, ich sagte ja vorhin, ich war nicht bereit, dann war ich bereit, win. Okay, alles klar, Dankeschön. Okay, wo ist das Problem? Ich sehe, wo das Problem liegt. Einen Augenblick. Okay, das könnte, das könnte wahrlich ein Problem werden. Okay, einen Augenblick, ich muss erst... Ich muss hier erst eine Taktik... Okay, das war die, das war die schlechteste Taktik. Ja, das war hervorragend. Das war... Wie zum... Henker... Was, wieso, springst du? Okay, lasst mich mal, lasst mich mal kurz... Ich habe nicht die geringste Idee, warum das... Aber Victory. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Victory ist Victory, okay? Sword Fight 3. Muss ich die ersten beiden Teile kennen? What? Ja gut, jetzt hat er... Ja, ja, gut. Ja, ja, gut. Aber... Ich bin hier ein Ninja. Oh mein Gott, ich habe ihn genau dort erwischt, wo es wehtut. Er hat meinen Kopf erwischt. Also quasi hat er nichts erwischt. Also er hat den Klärer... Wartet. Ich will ihn ordentlich. Ach komm, ich habe gerade zurückgeschwungen. Unfair. Wir haben den Sieg, okay? Wir haben den Sieg. Okay, ich muss das besser timen, oder? Ja, müsste ich besser timen. Ich habe einen Sieg. Und er sticht mir immer nur in den Kopf. Von daher, das ist wie... Wie ein Schwertkampf gegen Wolken. Von daher... Ähm... Matrix, schon wieder. Ah. Kennen wir doch. Ich bin... Ich bin... Ich bin Keanu Reeves. Ne, 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 nicht nochmal. Also höchstens vom Alter her, aber sonst. Wie alt ist Keanu Reeves? 70? So was ungefähr. Ja, ne, das ist doch... Außer laut, nur laut. Hier, 90 Prozent. Oh! Mit meiner Liebsten. Oh, ne. Ja, super. Wie soll ich hier mit Miss Candy durchpassen, hm? Vor allem... Warum hast du mir diese Rückwärtsbewegung? Ne Yoga-Stellung passt jetzt ganz und gar nicht. Ah, Jesus Christ. Wie... Wie kann ich es... Nein, nein, nein. Moment, change. Ich will nur was... Na gut, aber er passt schon mehr durch. Äh... Er passt mehr durch. Oh, das ist gut. Yes, Victory. Aber sie macht immer den... Ja, ja, ich weiß nicht. Immer zurück. Wirft sich immer... So wie... So wie bei uns im Schlafzimmer. Yay, come on! Das ist eigentlich Privatsache. Das geht durch überhaupt nichts an YouTube. Okay. Slender, the Movie. Wieder Teil 3. Gibt es hier keine... Wo ist Teil 1 und 2? Teil 1 und 2 gibt es einfach gar nicht mehr. Ah, hier. Previously. Privacy. Was ist das? Das ist ein Porno. Wie... Wie... Okay, ich hoffe eure Eltern hören das nicht so unnehmbar. Gute Synchronisation. Oh mein Gott. Gute Synchronisation. Gute Synchronisation. Gute Synchronisation. Okay, nun... Ein Film über den sich die Geschmäcker wohl streiten werden. Bottle Run! Und noch... Es tut mir leid. Das stand so im Script, ich kann nichts dafür. Wow, das war ja ein... Guter Run. Wartet, jetzt. Ready for the looping? Yes! 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 Oops, I did it again! Oh nein! If you win, don't move! Okay. Was heißt hier if? Warum? If? Lächerlich! Nothing! Nothing! Oops! Wow! Sieht aus wie man... Wer hoopt denn da? Hört man das? Ich glaube das hört man nicht, oder? Irgendjemand hoopt hier draußen. Jesus Christ... Okay, drei Bälle will ich sowieso. Ich will noch mal drei. Ich will sechs Bälle. Oh, mein Leg! Ja! Oh! Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ich wollte es so spannend machen ein bisschen, okay? Ah, die Impossible Sachen. Oh, Mama Mia! Oh, Mama, also damit meine ich jetzt nicht, dass es für mich ein Problem ist. Ein Problem für dich level. Okay, das ist unfair. Ah, ja, super. Warum habe ich diese Gleichgewichts... Störungen! What? Oh no, ich hätte gleich weiter sollen. Wartet! Ah, da bleibt nur noch der Dame übrig. Wunderbar. Ist da draußen eine Heirat? Warum auf der Straße? Wer heiratet auf der Straße direkt? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Okay, das explodiert sofort. Ich komme gar nicht, okay. Ich darf hier gar nicht umlanden! Nein, das war knapp. Also knapp im Sinne von... Ja, es gibt nur einen Sinn. Knapp ist knapp. Jo, ich kipp nicht auf. Fuck! Und damit meine ich... Uh, schade. Das war ziemlich, äh... Es kann... Hey, das ist ja auch Auto-Aim, oder? Cheaten die. Oh Gott! Ja, ich bin vorher gestorben, bevor ihr mich töten konntet. Das war... Ein grandioser Trick. Ja, grandioser Trick. Und... So, es gibt's ja nicht jetzt... Weiß denn jetzt... Ein bisschen zu... Okay, das war nicht mit dem Kopf durch die... Das aussieht! Okay, soweit, so gut. Ich wollte noch mal kurz... Abschrecken die Lage! Nein! Gnarrrrr! Oh Gott, kein Victory. Das ist der Zwe... Das haben wir auch... Ziemlich impossible. Ropeswing impossible? Okay, das machen wir noch. Na, passt mal auf. Passt mal auf. Easy. Hm? Ich sagte... Ihr habt nicht aufgepasst. Das war eure Schuld. Ich sagte... Passt mal auf jetzt. Passt mal gu... Passt mal auf jetzt. Jetzt! Oh shit! Wie soll ich denn hier durch? Easy. Easy. Okay, Moment. Gibt mir nur etwas Konzentration. Hau, das war... Wie denn? Okay, ich halte mich fest. Okay. Mit dem Festhalten haben wir schon mal heraus, nicht wahr? Ja? Ach komm! Das ist doch... Ich war so gut wie drinnen! Miss Candy! Shut up! Oh mein Gott! That's what she said in the knee, baby! Warte. Gibt mir ein bisschen Konzent. Ja, das war ja hervorragend. Das war noch besser als... Ich muss mich nur... Okay. Das war super! Das Problem ist... Nee, dann habe ich zu wenig Schwung. Okay, okay. Nur das ganze wissenschaftlich angehen. Ja, das war zu wenig. Das bedeutet, wir müssen... Warten wir wirklich außen. Aber wieso... Oh Gott, das war knapp. Das könnte noch ein paar Stunden... Das könnte noch ein paar Stunden dauern. Das gebe ich zu. Oh, das war doch fast drinnen! Juhuu! Juhuu! Juhuuu! Juhuuu! Ja, mit... 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 mit Elan bin ich da rein! Oh! Das ist doch der ein... Okay, wisst ihr was? Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich... Ich sitze noch die nächsten 10 Stunden dran. Dieses Level werde ich mir merken. Ich weiß nicht genau wie. Jetzt bohrt hier jemand. Jesus Christ. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Love you long time. Tschüss. Tschüss.